Guten Morgen meine Freunde, heute werde ich meine Rear-Tile verabschieden. Die Idee ist etwas über meine Erfahrung mit den zwei unterschiedlichen Tyren, die ich in den letzten 10.000 Kilometern habe. Jetzt habe ich meine NINJA 1000 oder Z1000SX, wie es in der ganzen Welt ist. Und dann werde ich mir eine Idee über den Shop, wo ich die Tyre bekomme und sie werden sie auch fixieren. Ich zeige euch das hier in Pune. Okay, ich habe jetzt 10.000 Kilometer auf meinem Auto. Die ersten 4.500 Kilometer habe ich mit dem Bridgestone Hypersport S20F und ich habe 4.500 Kilometer mit dem Auto. Das ist eigentlich nicht so viel, besonders nachdem ich die Fahrzeuge habe, sogar die Front-Tile war. die Fahrzeuge habe ich nicht. Ich hatte keine Probleme, wenn ich die Fahrzeuge habe. Ich hatte die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, und natürlich auch auf schlechten Fahrzeuge, ich war hier. Ich war mit dem Fahrzeuge, um ein bisschen eine Idee, um die Leute zu finden. Ich bin nach Goa, nach Hari Harveshwar, hier auf dem Beachside, in der Süd der Mumbai, nach Kashead, nach Karjat, nach Aurangabad, nach Coina Forest. Die Fahrzeuge wissen, dass die Fahrzeuge nicht so gut sind. Ich hatte keine Probleme mit der Fahrzeuge. Es wurde nur ein bisschen offen, oder wie ich in Englisch gesagt habe, wenn ich mich auf die Pirelli Angel GT verabschiede, die ich für die letzten 5.500 Kilometer verabschiede. Die Fahrzeuge ist ungefähr so gut als der Neue, nach 5.500 Kilometer. Und die Fahrzeuge, ich denke, ich könnte noch ein paar 1.000 Kilometer fahren, aber in der Mitte ist es ziemlich hoch. Wie ich gesagt habe, die Fahrzeuge sind nicht so gut. Man kann manchmal auf der Fahrzeuge fahren, und es gibt viele Steine, und die Möte, die sich auf der Karte befinden. In den letzten 2 Fahrzeuge habe ich ein paar Pünkturen. Und ich habe gesagt, dass die Fahrzeuge nicht komplett runter ist, aber ich wollte es nur noch mit. Die erste Unterschiede zwischen den Bridgestone, die Fahrzeuge kam mit der Fahrzeuge, und der Angel GT, die Grip war viel besser. Ich habe das nicht gedacht, als ich mit den Bridgestone hatte, aber nachdem ich den Angel GT hatte, es war so viel Spaß, in den corners, auf der Highway. Es war fantastisch. Und das war für mich, auch für mich, nicht als ein Radfahrer, oder so etwas, aber es war eigentlich ziemlich unterschiedlich, um mich zu erkennen zu können. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, fantastisch, ich werde versuchen, die Angel GT 2 zu bekommen, weil es ist ein erfolgreicher auf dem Markt. Und die Reviews sind fantastisch, und es ist ein tolles Tire für Sport Tourer. Aber das Problem ist, wenn du nicht in Europa, oder in Deutschland, wo du nur die Tire wählst, kannst du es kaufen, und dann kannst du es nach Hause kaufen. Und hier, du musst dich ein bisschen bewusst sein, und zu checken, was ist auf dem Markt und was kannst du eigentlich kaufen, was ist auf dem Markt. So, ich habe, in den letzten paar Tagen versucht, einen GT 2 zu finden, und kontaktiert einige der offiziellen Pirelli-Dealern, aber ich habe, glaube ich, 5 von ihnen und 4 von ihnen sagten, dass sie es nicht haben, und sie können es nicht. Und einer von ihnen sagte, ich kann es, aber es kostet 22.000 Rupees. ungefähr 300 Euro, und ich denke, das ist ein bisschen zu viel, weil ich 15 Euro für die normalen GT und für andere Sportstour in dieser Kategorie kostet 200 Euro, und ich wollte nicht mehr spenden. Und dann musste ich warten. dann ich wollte herausfinden, welche Tires haben, und der Prabat Tires hat und gesagt, dass sie in stock hat, die Michel Rode 5. Ich habe auf YouTube und ein paar Reviews und habe gesehen. Mein Lieber Lieber ist 1000 PS und sehr popular in Deutschland in Austria. und eine interessante Comparison und sie sagten, wenn sie testeten die Rode 5 Tire von Michelin, dass diese Tire hat wirklich das Gap von Rode 4 und anderen OEM Tire Manufaktur in dieser Kategorie. Sie sagten, dass sie Probleme mit der Grip und in Wettkonditionen Aber die wichtige Sitzung war, dass der von 2019 oder 2020 die tire manufaktur hat die Kategorie Sport dieser Kategorie für Sport Tourer in dieser Kategorie oder Rode 5 und die Differences sind so marginal dass wie ein normaler Fahrrad nicht in Wettkonditionen oder Wettkonditionen Braking oder was auch wie lange man kann die Differences sind negativ und ich glaube ich kann nicht mit Erfahrung aber das klingt ziemlich unglaublich und das war für mich die Entscheidung ich dachte jetzt warum ich die gt2 für ein paar tausend Kilometer und jetzt die Rode 5 von Michelin so hier sind 1950 ok ich bin ein bisschen konzern ob ich die die Rode ohne zu dem Kawasaki Service Center in Pune ich muss sagen die die Rode die Rode 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 dann die Rode Hi ich Michael das ist Michael ok bitte bitte du hast all die equipment und es wird keine damage ok Hi Wahid Hi Hi Michael schön und ich habe eine Frage ich bin sicher dass du mit Ninja 1000 in der past was die die Ninja 1000 die 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 stip lebt hat was m7 m7 r die 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 wenn du mit n die Viele Leute sagen, wir haben hier eine Benzema Reboot für Michelin Roll 5. Ist es? Ja? Ja. Okay, aber dann bin ich auf den Weg. Ja. Vielen Dank, Rahid. So, jetzt sind wir in der Workshop. Und es sieht einfach aus wie ein Workshop. Hier ist das Equipment, die wir brauchen. Okay, so what happened? Es sieht aus, dass das Screw ist messed up. Ja, es ist messed up. So, jemand muss die falsche Tool haben, um das zu tun zu tun. So, das letzte Mal und es war nur bei Kawasaki Service Shop. So, sie haben natürlich die falsche Tool, weil sie die falsche Tool haben, um das hier zu tun. Ja. So, es ist interessant zu wissen, dass. Okay, wir sind auf den anderen Seite. Okay, wir sind auf den anderen Seite. Okay, wir sind Er ist ganz gut. Ich würde gerne sagen. Er ist gut. Er ist gut. Er versteckt. Es würde mir gut schon kommen. Sie schüttet nicht. Er ist gut, nicht. Nein. Er ist in der Seele. Er ist in der Seele. Er ist in der Seele. Es geht. Ich habe es nicht verwendet, weil es nicht verwendet wird, weil es nicht verwendet wird. corners of that opening to adjust the chain tension they need to know what they do ? ? ? ? ? ? ? ? Zähne Okay, hier geht's. Okay, now Wahid is fixing the new tire on the rims. So we are filming each other, right? Yes, yes, yes. That's nice. His new friend from Germany and my new friend from Pune. From Pune, yeah. So, we are already filling the air back in. Job done regarding the tire. So we have to only fix it back onto the bike. Okay, so we use the opportunity and do also some wheel balancing. But how much was the deviation? How much was the deviation? The deviation was 30 and 45 grams. 45 grams? Yeah. That's it. The deviation was 30 grams. All right. After the hour, man has some video. I can sit here. So, let's take a look at it. Wir haben jetzt 40g und 5g geschlossen, ja? Wir haben jetzt 40g und 5g geschlossen. 40g und 35g. Jetzt schauen wir auf der anderen Seite. Wir geschlossen es zurück. Musik 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 Der Problem war, dass du das nicht ausprobiert hast, richtig? Wir konnten nicht ausprobieren den Kaliber. Ja, weil das? Das war das Lippe, das ist das Lippe. Okay. Ich hoffe, dass der Kawasaki Workshop hier in Pune ist, die ich würde sagen, mit einer sehr hohe Wahrheit messen. Denn es waren die einzige Leute, die auf das, seit ich das Biste habe. Das ist die erste Exception, dass jemand anderes machen würde. Das ist natürlich nicht möglich. Das ist natürlich nicht möglich. Aber es ist nicht möglich. Ich habe eine Marke. Ja. Chained Informationen. Wie hast du es gemacht? Auf den anderen NINJA 1000? Okay, so far so gut. Aber ich denke, dass sie es so gut ausprobieren können. Und dann gehe ich nach dem Kawasaki Service Center. Und dann habe ich die Tension der Tension checked. Und dann habe ich sie mit einem Torque-Range zu fixieren. Denn für das auch nicht die Torque-Range. Das ist okay. Aber ich bin besonders interessiert in die Tire. Und dann haben sie es zurückgelegt. Also, wir werden die Tension beendet. So, wir werden die Tension mit dem Kawasaki Service Service Center in Hone. Wir werden sehen. Und dann können wir das mit dem Tension verabschiedern. Und dann können wir die Tension auch. Okay, die Tension ist fertig. Okay, die Tension ist fertig. Die Tire ist fertig. Und ja. Es scheint, dass ich es vielleicht nicht so gemacht habe. Aber sie haben es vielleicht für den ersten Mal gemacht. Aber... Weil die Tension-Tension ist ziemlich beeindruckend. Aber es ist egal. Ich gehe nach Kawasaki jetzt. Und dann habe ich es hier gemacht. Und dann habe ich sie auch gefragt, dass sie die Tension verabschieden. Das hat die Tire-Shop gemacht. Nein, das hat die Tire-Shop gemacht. Ich bin da. Wir haben es zusammengelegt, bevor wir die Tire-Shop exchanged. Dann die erste Aktivität ist, was? Die Tire zu entfernen. Correct? Ja. So... Während wir das tun, und ich habe das auf dem Video, wir haben das gesehen, dass die Tire-Shop sieht wie das. Nun, der einzige Ort, der auf der Biste gearbeitet hat, seitdem ich sie verabschiedet habe, ist Sie. Ja. Nun, ich denke, es ist ein unfaires Statement zu sagen, die erste Satz, die ich gerade gehört habe, ist, dass der Tire-Shop muss das gemacht haben. Nein, er hat es nicht gemacht. Ich habe das Video gezeigt, ich habe das Video gezeigt, und verabschiedet mit ihm. Es war so. So, was ist der Plan für die Aktion? Ich habe zwei Fragen, eigentlich. Eine Sache ist, das kann passieren, wenn Sie es rechtfertigen, ich bin okay mit dem. Nummer 1. Nummer 2. bitte, check die Tension und die Torque Wrench, weil er nicht alle die speziellen Tools für die Begriffe hat. Ich will nicht einen großen Problem davon aus, das ist nicht notwendig. Aber ich würde das hier, verabschiedet, aber nicht in 1 Jahr, aber kurz, und recheck, dass die Tire ist richtig fixiert. Ja, das ist alles. Du machst das? Ja. Okay, der Settler wird das gemacht. So, let's think positive. Sorry, I don't understand. You want to weld a rod over here? Ja, in the bolt. Inside the bolt, we will weld a rod at this distance. What kind of welding system? Electro welding? Oh, regular gas welds. I would like to avoid that the current is flowing through the frame, because that may harm the electronics of the car. we will not harm here anything. We will weld a rod here at this length and then we will remove it. That sounds to me like a lousy idea. I mean, can't you do it with another tool over here? I mean, this crew is spoiled in any case. Now you can do it with another tool over here. What do you understand? What is the action? We go here five kilometers to another guy who is experienced. And what does he do? Definitely. They will weld the bolt over here and will try to remove the bolt. Let's go. We'll do that. Okay. Now the welding action. Let's see what's going to come out of that. As if this is getting messed up. Yeah. The Ravasaki will be liable for that. Just see the decoloration. I mean, it affected the other metal. Okay, guys. Now we are in the workshop. Some welding was then glowing up. New welding works. New life. Now we can't shake hands. Because now the camera is on. I've just been back in five minutes. Okay. Okay. The new screw is in there. But you see the decoloration on the brake disc. That is from heating. And also, at that part, you see the decoloration because of heating. That means the metal structure has changed over there. So, let's see what is the possible impact. Okay. So, they are checking the brake system. They do realign the wheel. They do maintenance on the chain. So, I hope everything will be like it was before. Okay. So, they disassembled the entire brake. And just to tell, they had actually now a problem with the second crew as well. And from the conversation I understand. Please correct me if I'm wrong. But that the second screw which holds this brake assembly also was extremely difficult to remove. They had to use a hammer, etc. And will try out five minutes different ways to remove it. And then they said they must have locked. They must have put lock tight here in Kawasaki Service Center when they fixed that earlier. At the earlier point. The purpose of this part, what is the purpose of this part? Is moving the caliber? Yes, yes. Okay. I'm concerned with this because that was actually heated up until it was glowing red. No problem, you say? No problem. Okay. Thank you. So, now I had a full program for the whole Saturday to get the style changed and all the side effects of it. So, I'm still sitting here in the service center. And it's now like 3 o'clock or so. So, let's see how the story continues. So, let me try a summary of the day. The whole idea was to just actually exchange the tire, the existing worn out, which one was it? Angel GT, to exchange that against the Michelin Road 5. For that activity, I left at about 10.30 today morning and now it's 4 o'clock. So, I spent, I would say, a significant time of the day in this activity. Now, as such, this is really not a big deal. I ordered the tire yesterday and I went to Prabhat Tire and they had the tire, of course. And very friendly guys, thanks to Wahid and, of course, thanks to Vishal. And they offered me momos. They have a little momo stall next door. And then a small hiccup started because they wanted to remove this rear tire. And for that it's required to remove the brake assembly. And this is, as far as I could see, hold with two screws. And they were, I was sitting right next to it and they were trying to remove this brake assembly. And they looked at the first screw and they were getting the tools. And then they pointed out straight away before they used any tool. They said, you know, there seems to be a problem with the, with the screw. Yeah. So, at the end of the day, I would say, it is actually not really a big deal. The screw was screwed up and with a very high probability by the Kawasaki service team in the past, either during the last service or even last year when they exchanged my first set of tires, which I bought from, from, who was that? Pro hit or I don't know. I have to, I will write it under the, in the, in the video app as under title. And so I bought it there at that shop that time and got with my driver the tire to Kawasaki center. They exchanged it. So practically no one else was touching the, or disassembling or putting any tools on this, on this rear tire or on the brake assembly or anything. Yeah. So anyway, whatever, at the end of the day, not really a big deal and mistake happens. And that happens, somebody screwed up, whoever it was that screw. And so, but, uh, Prabhat Tires was able to take out the rear tire anyways, even without removing the brake assembly. Then, uh, they fixed the new tires on it. They did the wheel alignment. And, uh, yeah, and after that, they fixed the wheel back. And then I went from there straight to the Kawasaki service center, uh, for two things, actually. Yeah. Independent of that stupid screw. I was in any case planning to go there just to get the chain realigned and to get just checked if they have fixed the rear tire properly. Because as you know, I drive with 80 kilometers per hour, sometimes a little bit above that. So you do not want to really take a risk that anything goes wrong if you drive a little bit faster sometime. So the plan was in any case to go to the Kawasaki center to get that checked if it is done all properly. Because these tire dealers, they have probably 50 different, uh, brands of bikes coming, uh, during a week and they can impossibly be experts for each and every bike. Yeah. So I just do this out of being cautious, uh, that I go to the, uh, service center of the motorbike. After I got the tires, uh, exchanged. I have practiced this in the past as well. Yeah. So I went there and I pointed out that this screw is there and, uh, that I'm a bit concerned. And, uh, that you should please exchange that screw and everything is okay, huh? But, uh, then of course there was this whole story as you could see with the welding and then after that the heating up and all and whatever happened. But you have, I have to really respect and say thank you very much to the Kawasaki service center team. Uh, in the beginning, of course, they defended a little bit and were pushing, uh, let's say the root cause to the tire dealer, which I think was not justified. But at the end of the day, what I did was they disassembled the entire, uh, brake system in the back. Like literally, they not only removed it, they disassembled it into each and every part. They cleaned it. I think they removed also or exchanged a few small parts there. They did a good job. I mean, as far as I can judge that they have really done a lot of effort to make sure. And that they told me this also verbally that they want to make sure that this thing is perfect. And they did that also. We did a test drive after that also. There's no problem. And regarding the decoloration of the brake disc, I do not know if there is a hair, how do you say in English, like very small cuts or something. That all, I don't know. I don't think so really that it might happen because I did a couple of hard brakes after that to see if this decoloration was only on the surface or if it went into the material due to the heating up of not only the brake assembly, but to the, to the brake disc. And you could not see any discoloration, decoloration anymore. So I would say at the end of the day, yes, mistake happened, but it was treated professionally. They have done the best of their efforts. They realigned the chain also and checked everything on this entire rail, rail tire, all the assemblies, etc. And so there is nothing to criticize. So thanks to Prabhat for exchanging my tire, putting the new one. And of course, thank you very much to the Kawasaki service team. They have done a good job, how they have treated my little complaint and how they assured that everything else is, everything was like checked perfectly and a few parts were exchanged also. So thanks a lot. Anyone interested in the commercials? Here there's the invoice from Prabhat Tire. So they were charging like 17,700 for the Road 5 Michelin, 190, 50, 17, and there are 300 bucks involved for the alignment of the, of the wheel. And then the Kawasaki team charged me, but I requested, of course, also for it, 1300 rupees, out of which was like a drive chain adjustment, 354 rupees, drive chain clean, 118 rupees, drive chain loop, 118 rupees, and rail brake caliper assembly. That was whatever they have disassembled and cleaned and they exchanged also, I think something, I paid 708 rupees. So fair enough. And yeah, it was an interesting experience. And now let's see how the Road 5 Michelin tire is going to behave and what feedback the tire gives now on my next ride. I'll keep you posted.